Wem hast du am meisten zu verdanken in deiner Karriere? Gibt es da so eine Person, die du hervorheben würdest? Das ist auch schwierig, weil es natürlich anfängt bei Eltern. Wenn die nicht gewesen wären, wäre es hier ein anderer Gesprächspartner. Ich weiß es nicht, wem ich da wirklich allen danken soll, weil es letzten Endes ein großes Paket war, wie damals zu meiner großen Zeit auch. Ich kann nicht dem Trainer oder dem Trainer danken, sondern ich weiß, dass viele Leute dazu gehören. Ich weiß es nicht. Es fängt an bei den Eltern, geht über Trainern und endet natürlich jetzt auch bei meiner Verlobten, die ich dann irgendwann heiraten möchte. Aber da Leute rauszupicken, ist relativ schwierig bei einem Leben, was ich geführt habe. Der Platz, an dem du dich am wohlsten fühlst? In der Nähe bei meiner Verlobten. Das wird sie freuen.